Felix AG Hochdorf, Ihr Haustechnikfachmann im Seetal. Seit 60 Jahren sind wir in der Haustechnik tätig. Professionell und kompetent erledigen Geschäftsführer Christian Dominguez und Vittorio Di Gioia alle Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsarbeiten für jedes Budget. Wir bieten hohe Qualität und Effizienz immer mit dem Ziel der vollsten Kundenzufriedenheit. Wir installieren moderne Heizsysteme, Solaranlagen, kontrollierte Lüftungen und Traumbäder. Gerne beraten wir Sie bei Ihnen zu Hause oder bei unseren Ausstellungspartnern. Felix AG, Ihre Bedürfnisse in guten Händen.